Ech Toll, ich hab nichts, fast nichts an sonst müsste mir meine gesamte Hose aufreißen Stimmt Fuuuah Ah, Gitte Was sind wir jetzt gelaufen, man? Pants are okay Ja Pants are in the Debra Ja, wir müssen Debra finden Wer ist Debra? I will explain Wie geht's dir? Mir geht's gut Wie viel gut? 5 oder 6 gut Okay, da gibt's jetzt halt 5 oder 6 Ich hab mir einen Spray gegönnt Oh, er stimmt, er ging dieser Scheiß Ja, ich hatte nur eins Why can't you film me in yet? I have to show you Warte, immer noch nicht? Nein Ich bin grad selbst überrascht, dass Okay, gut Ich glaub ich weiß Was glaubst du? Was glaubst du? Ich glaub ich weiß, was du mir zeigen müsst Ich glaub das Wasser ist Ja Aber wie das Wasser aussieht Richtig gut Hm, das stimmt Boah ist das nötig? Hätten wir uns nicht kurz gebückt gehen können? Warte mal hier oben Bist du das offen? Vielleicht ist Siegmann Emblem Okay, nevermind Ah, he is ass Was? Ich dachte sie schlagen mich nicht mehr Guck mal rein, sie schlagen mich nicht mehr Guck mal rein, sie schlagen mich nicht mehr Wie gesagt, ich wäre ein bisschen müdisch wenn ich meine Ahnung Wird nicht fliegen Toll, Leon ist gar nicht so Mach den Baum schon So, back at that lab That tape So, back at that lab So, back at that lab Can you be pregnant? What's the story about you? Look If you want answers You should be prepared to give a couple of yourself You're right It's on the floor, I guess Ey, das Tape Ohne Witz jetzt Ey, das Tape Ey, das Tape Das ist ja der größte Mindfuck von allen Mhm Das lustige ist, wenn wir sagen Ey, das Tape Dann Ey, das Tape Ey, das Tape Oh man ey The fatal conspiracy Was sind das Ruinen? Da kommt man was Woher ist das hier? Ey, wie ich nichts sehe Moment kurz So Okay, ganz vorsichtig Das sieht ziemlich Alt aus Hä? Weißt du was? Das sieht für dich was aus Ja, ich hör's Boah, wie du geballert hast Dann musst du dich ganz schön erschrocken haben Ja Ne, der war halt extrem nah Oh Da vorne ist, da vorne ist ja Debra Was ist Debra? Oh, warte, warte, warte Debra 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 Can you hear me? Helena? Oh Oh, thank goodness Okay Enough with the mystery What the hell is going on here? Let's just get her out of here And then I'll tell you everything I promise ... That's my sister Hm Hang in there sis How about that? I'm riding her Have you died her? Oh, okay ich kann auch bisschen kicken oh what, mach das noch oh great, i see her ja me too oh man, ok gut, warte, wir müssen alter wie übel verdroscht der aussieht ok ok, weiter jetzt, focus ok, also wo lang unten hm ich kann nicht mehr sprinten ich kann das zusammen Ich kann nicht mal mein Inventar öffnen. Kannst nicht? Nee. Warte kurz. Nee, geht nicht. Okay. Scouts muss ich wohl hier lassen. Okay, da ist einer. Leon? Ja. Ah, da bist du. Nice. Behind you! Behind you! Oh, gut gemacht. Das ist doch keine gute Idee, jetzt den Helden zu spielen. Ja, stimmt. Oh! Der hat auf dich gezielt. Ja. Keine Sorge, ich spiele Schutzschliffe, Debra. Okay, sehr schön. Toll, wie... Wo sind wir überhaupt? Ich kann nicht mal Erbs benutzen. Dafür bin ich, oder? Mhm. Leon? Ja, ich weiß. Oh Mann! Zeh! Oh Mann! Ja, ich will das. Aber ich kann sie nicht. Okay. Ein paar Dinge, das schwingt. Oh Mann! Oh Mann! Was ist das denn jetzt? Ah, die Ding stürzt. Toll, I'm just standing there doing nothing. Ja gut, ey. Back to your sister. No, I mean... ...the zombie. Aha! He just stood there. No, no, no. I have to protect my sister. She didn't kill her. Yeah. What's wrong with her? That's really bad. Leon, Helena, where are you? Oh, Hannigan. I can't pinpoint your position at all. What the hell is going on to us? Hmm, he met. He, Hannigan, come in. God damn it. Oh, we're weak. Sure, no, I'm through. Nice. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. So, that's just not just a zombie. Yeah, actually. That's just a... Das sind richtig Zombies, so wie man sie sich vorstellt. Ah, wir sind da. Warte, wie geht's dir? Äh, Condition? Weiß ich nicht. Wie geht's dir? So, ich bin jetzt voll, warte. Jetzt bin ich auch voll. Eben, probiere kurz meine Kräuter. So, pack sie rein, so, zwölf Stück. Wie das hier aussieht. Ja, ein bisschen... suspicius. Oh, Deborah! Oh, no! Oh, no! No! No, das kann nicht passieren. Oh, nein. Oh, nein! 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 Ah! 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 Ada! You look like you've seen a ghost. Ada, was hier passiert? Es ist kompliziert. But this isn't the time, or the place. These walkways won't hold. We need to get to the lower levels. So sorry, Deborah! It's all my fault! Helena, get away from her! Stop! Don't shoot, please! Oh shit! Oh! Help me! Yeah no, no, no! Ich kann Ihnen nicht helfen! Fuck, wo bist du? Oh fuck, ich bin getrennt. Ja, du hast Aida bei dir. Oh. Deborah, wo bist du? Na super, okay, warte, wir müssen liegen. Aida, haut ab. Warte, ich... Oh, Aida! Mir ist voll die Apokalypse ausgebrochen. Warte mal. Hm? Aida, wo ist sie? Oh, das Ring-Team. Hier. Ein Ring? Das ist die falsche Idee. Es wird später Sinn machen. Ich bin nicht die alte. Ah, ich habe gehofft, es wird... Toll. Lass den Love-Interest Leon jetzt raus. Das ist so groß. Wo bist du? Ah, du bist auch in der Nähe. Toll, wir sind hier. Warum kann ich nicht... Oh, Mann, Capcom. Ja, dann geh er da runter. Ey, hier ist eine Crank. Oder, ne, keine Crank, I'm sorry. Ein Hebel. Aha. Damit ihr weiterkommt. Und nicht weiterkommt. Aha. Jetzt sehe ich schön euer Teamwork von hier. Los. Und... Oh, shit, Debra. Fuck! Watch out, you two. She's strong. Watch out for yourself. Oh, Mann. Es ist einfach cool. Hey, wie komme ich jetzt runter? So, wie Debra einfach nackt ist. Ja? Also... Ja, sie ist, ne? Ich sehe ihre... schönen Teil. Also, ich sehe nur das Mutierte. Also, ich sehe... Ja, ja, ich weiß. Ich sehe auch alles. Oh, shit. Oh! Okay, jetzt sehe ich es wirklich gut. Kann ich, kann ich. Oh, scheiße, wie fizzy drained! Toll, jetzt kommen noch normale Zombies. Okay. Das erste Bossfighter, oder? Okay. Ja, so gesehen schon, ja. Wenn man jetzt den... 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 Wopper und so nicht mit einem... Nee, scheiß auf den Wopper. Das ist... Ja, das ist der erste Boss. Ist auf, dass sie nicht auf sich springt. Okay. Die Schwachpunkte sind ja wohl klar. Möbsen? Nein. Debra! Das ist nicht ein Derbel. Oh! Scheiße. Da! Auf dem Rücken! Fuck. Ziemlich gut. Da! Das TNT! Ah! Ah, warte, da! Dein Strich. Boah! Achtung, Lia! Warte, ich muss A spammen! Fuck, ich schaff's! Oh fuck, ich schaff's! Oh fuck, ich schaff's! Okay. Mann! Fuck, wir sind sorry. Ich will nicht auf meine Schwester schießen. Wir haben keiner wahr. Dude, wie er da einfach ne TMP hat. Wo? Da ist wieder ein TNT fest. Hast du das erwischt? Warte, das muss wieder... Don't hurt her! I'm sorry! Ich will! No, my sister! Oh, fuck! Hallo! Shit, wo bin ich jetzt? Als ob ich Ada bei mir. Ah, ich bin alleine. Für mich ist es nicht Ada, für mich ist es Bitch, die meine Schwester erschossen hat. Bitch, von der Tape. Ja, du hast ein bisschen Hilfe hier. Ich fand das für ein philosophischer Scheiß von Ada. Aha, du brauchst Hilfe! Ich hab keine Ahnung, ich... Boah! Warum ist da einer grad eine Flamme aufgegangen? Weil er so ein Ding dabei hatte. Oh shit, oh shit, oh shit! Komm, beeil dich! Ich weiß, du musst laufen, aber hurry up, ne? Ich musste nicht laufen. Oh, oh! Ich Ada einfach mit der Arm, was spammt. Oh, the hell! Are you okay? Ja. So, you and Leon, you know each other? Uff! Toi, jetzt bist du... Wo seid ihr wirklich? Ja, jetzt sind wir hier oben. Ah, wie? Ah, ich bin vor euch hier gegangen. Wie Ada die ganze Zeit nach oben mit Pfeil uns schießt. Ah fuck, das gibt nichts mehr. Leon, come on! Ja, wie denn? Keine Ahnung. Irgendwo runtergehen. Ah, hier. Da. Oh nein, Leon! Und Leon! Oh, du sitzt hier fest? Aha, nein, Leute. Diese Ahnung. Ah, Hase, ich muss zum Drehen. Fuck, einmal. Komm mal. Hm? Ist echt gut? Hm. Ne, ist nicht gut. Mit Schwärzen, dann kommen die. Okay, warte kurz. Hier ist ne Kurve. Komm mal, Leon! Achtung, Ada! War auf, Ada gesprungen. Okay, das- 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 Oh nein. Das ist nämlich ein riesengroß. Wow! Oh! 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 AX ja ich dachte es wäre nur A dammit ich hab doch gedrückt ey das kommt nur ganz 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 kurz oh nein und ich bin scheiße geschwächt weißt du was wir eigentlich machen wie sie aussieht wir alles sehen nice work von Capcom wegen hier gab es eine extreme Kritik an Capcom wegen pervers oder so oh shit oh fuck sie kommt hoch auf dem Boden würde ich sagen weg da AIDA I know your heart ok ich hab hier ein Ding abgeschossen my precious sister oh hinter uns auf dem Boden ja I'm on it wo ist es hell yeah ich wollte die Capcom deswegen Kritik bekommen nja die haben auch immer Kritik schwarze oh fuck das muss mich wieder bei auf schießt zuschauen da ist ihr oder? nja das weiß ich nja das war's nja wir waren zombie toh oh fuck ich hasse auch und auf dem Boden auf dem Boden und bis zu uns wer ich schaff das was so geschossen die älter sich als erster von einem drucken sie sind im Täter der oder und das ist zwei drei sogar Ja, klasse. Wie ist das so riesig? Ja. Wie überleben wir die ganzen Sto- Oh! Ey, EIDA! Debra! De- 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 De! Oh, Mann. Help me, Leon! Warte, ich muss... E- EIDA kurz. Wasp Blue? No more tears. Not until I venture to death. Please. Forgive me. Oh, I'm gonna make him pay for this. Schau mich. Es wird okay sein. Schau mich. Es wird okay sein. Schau mich. Schau mich. Es wird okay sein. Just keep your eyes on me. Help me. Ich werde dich weg von hier, Debra. Debra, schau mich. Wir werden das durchführen. Nein, lass sie weg! Geh weg von mir! Nicht sie! Nicht meine Freundin! Take me! Bitte! Ich werde alles tun. Bitte! 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 Ich werde alles tun. Ja! Ich wusste was anderes. Ich habe ihn. Ich habe Simons zu verabschieden der Präsidenten. Das sieht aus wie Simons gut. Warum würde er alles tun? Lass mich. Wir sind gegen die Leute, die wirklich leben, in einem sehr gefährlichen Spiel. Und wenn du deine Hand nicht so spielst, dann... Leon, wo du bist? Simmonds ist da. Ja. Vonnegan, du musst vorsichtig sein. Ich glaube, er ist derjenige, der alles hat. Und ich höre meinen Namen. Simmonds. Boah. Erborgene Wahrheit. Kann man wohl so sagen, ne? Na ja, echt jetzt. Ah, jetzt haben wir nicht schlecht. Hell yeah. Komplettierungszeit C ist normal. Ja, bei uns ist das normal. Ja, ist doch so. Aber ey, der Treffer Rang A. Ja, sonst ist alles Rang A. Ja, sonst ist alles Rang A. Alles R. Mhm. Sogar die Tode. Ne. Wo bist denn du mal gestorben? Ich bin... Ja, stimmt, also... Ah, bei der... in der Kirche dort. Bei diesem... bei diesem... komischen Viech da. Ja. Weißt du noch? Stimmt, war's dort? Ja, es war dort gleich. Mhm, mhm. Dort war's. Boah. Boah. Einem Partner in Not während einer Szenarioüberschneidung geholfen. Hast du? Hä? War die Not während einer Szenarioüberschneidung geholfen? Aha. Ja, hast du... Ada oder? Ah, ja. Szenarioüberschneidung. Wir haben uns mit Ada getroffen, ich hab dir da geholfen. Ja, du hast ihr geholfen, aber bei mir... Eben, ja. Ich hab die Medaille nicht. Eben, ja. Okay. Du hast von einem Partner zehnmal gerettet wurden. Ich hab fünf Kopfschuss in Folge auch der Herd. Ich nicht. Du hast dich vom kritischen Zustand erholt. Verstimmt, ja. Backkisten könnte ich selber nehmen. Toll, wie du immer das hineinlutschen hast. Toll, ich mach's halt ein-, zweimal und dann... Einen Partner vor einem Sturz in die Tiefe bewährt. Du hast eigentlich irgendeine Mekanate gedrückt und deine Hände gegen ihn zu Fall gebracht. Sie haben uns bis zur Karotale geschafft. Yeah. Wir haben einen Daver vor jedem Leiden erlöst. Tja, das... Wow. Also, das Tape. Das Tape ist ja wirklich der... Mindfuck. Ey, ich saß, als ich das gesehen hab, ich saß die ganze Zeit mit offenem Maul da. Als da stand Project Ada, ich so, nein, nicht schon wieder so. Ah ja, genau, da stand ja Project Ada. Und ich so, nein, bitte nicht, wir werden jetzt nicht sowas wie Wes gehen. Oh fuck ey. Toll. Dass er erklärt war, warum Ada... Ada Wong ihren Namen immer als Decknamen bezeichnet hat. Sie hat vermutlich gar keinen Namen oder vermutlich hieß eine Zahl. Ich glaub. Weißt du, hast du back oder okay gemacht? Ich hab okay gemacht. Lass mich eigentlich immer back machen? Ah ja, stimmt. Da hab ich 40.000. 40.000, 115. Äh... Ich lasse 450. Also verlassen, ja? Ja. 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 Ja, ja. Ja.